jack breaker nächste trainingseinheit erläutern was wir heute machen werden also wir werden heute komplett die wing jetzt hoch laufen einfach potenzielle energie ich habe ungefähr 30 kilo hier gepäck als rucksack wir sind jetzt noch am anfang wir haben unser auto aufgestellt und ab jetzt geht es nur noch steil berg hoch und kilometer weiß ich jetzt nicht aber das geht hier ordentlich hoch die ganze zeit und das wird energie umwandlung pur sein also ich werde hier locker einiges schmaler werden am ende des tages vorläufig outdoor einfach gepäck mitnehmen potenzielle energie das ist physik genau wir versuchen ja einfach so viel auszuschöpfen wie möglich heute die trainingseinheit war eigentlich mit dem turm geplant treppen hoch aber das ist durch die winter saison geschlossen deswegen als alternative mehr das wird auf jeden fall eine harte trainingseinheit aber das muss sein ich habe richtig bock drauf und ja machen wir weiter wir laufen richtung wald das wird schon übel ist nur empfehlenswert läuft läuft mit dem partner zusammen darf ja in dieser zeit zu zweit laufen zweit ist noch möglich und ja genieße es redet und dann bis zum nächsten mal okay wir melden uns zwischendurch dann seht ihr mal wie es aussieht wenn einer es sich anspricht ja wir sind ja auch jetzt an der elisabetten quelle angekommen wie lange sind wir unter spiegs 1 stunde 1 stund 40 wir werden zwar in der regel nur noch berg runter gehen ja aber aber das abbremsen hat auch was in sich ja man muss diese potenzielle energie die abrollen will ja auch abbremsen das wird auch sehr viel muskelkater mit springen ich habe jetzt so gegessen gehabt dass ich ungefähr seit eineinhalb stunden auf reserve bin und komplett sag ich mal über meine fettverbrennung funktioniere so wir sind jetzt zehn meter vor unserem auto was seine resümee zum heutigen training das ist eine stunde 9 30 wir haben genauso viel runter gebraucht von der potenzielle energie das war richtig gute last gute arbeit hat mir spaß gemacht also ich nehme jetzt mal nach ungefähr dreieinhalb stunden oder fast vier stunden tragen das ist so eine last 20 kilo wirklich das ist ganz krass wirklich ich fühle mich so du merkst hat auf was das alles ging das rücken beine ich merke hat alles wirklich die letzten 30 minuten ich habe gar keinen bock mehr das war nur noch kräfte zählen hauptsache wir kommen an und sei es war sehr anstrengend aber wir haben es jetzt geschafft und ja es ist dunkel geworden hat das was wir vermeiden wollten auf jeden fall hat schon spaß gemacht wir sind jetzt am auto wir fahren jetzt zurück durch uns warm ab trinken noch einen tee und dann war es auch damit der tag ich wünsche euch noch eine schöne woche und bis bald im